Wir starten etwas wechselhafter in die Woche als das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben. Das Wetter stellt sich um, aber nur langsam. Und deshalb werfen wir mal zuerst einen Blick auf den 15-Tage-Trend von Dresden. Denn vor allem in der Osthälfte unseres Landes hält sich die Hitze nicht nur, es wird sogar Richtung Mittwoch und Donnerstag nochmal heißer mit Temperaturen um 34 Grad. Und erst zum Freitag kommt dann die kältere Luft auch in der Osthälfte an, die im Westen schon etwas früher einsickert. Hier der 15-Tage-Trend von Saarbrücken. Schon morgen ist es nicht mehr ganz so warm, der Dienstag nochmal sonniger und wieder heißer. Aber Mittwoch, Donnerstag kommt neuer Regen und das bei nicht mehr ganz so hohen Temperaturen. Apropos neuer Regen, auch jetzt aktuell zieht schon Regen zu uns herein und zwar aus Südwesten. Gleichzeitig gibt es noch einzelne Schauer, zum Teil sogar noch Blitz und Donner im äußersten Nordosten. Aber schauen wir auf diese Wolken, die sich hier weiter voranarbeiten. Es bilden sich morgen links und rechts dieser Wolken vereinzelte Schauergewitter. Und vor allem entlang der Elbe kann es morgen Nachmittag, morgen Abend die kräftigsten Gewitter geben. Örtliche Starkregengüsse sind dabei. Und im Südwesten sind bei den einzelnen Schauern und Gewittern auch Sturmböen möglich. Die Temperaturen, die Nacht ist unglaublich warm mit Tiefstwerten, die zum Teil auf nicht unter 22 Grad sinken. Tagsüber wird es am wärmsten im Norden sein mit 30 bis 32 Grad, im Süden sind es 24 bis 29 Grad. Die weiteren Aussichten, der Dienstag, wie gesagt, verbreitet sonnig, außer im Nordosten ein paar Gewitter. Temperaturen meist erneut über 30 Grad am Mittwoch im Osten heiß. Ansonsten geht es wechselhafter und vor allem im Westen mit kräftigen Regengüssen weiter.